Willkommen. Erstmal, was machen wir? Gefahrenzone, glaube ich, ne? Immer. Geil. Ich hab letztens auch gezockt. Grind. Hab ich gesehen. Grind? Was ist Grind? Ich dachte, das war alles die Karte. Das stand da. Grind. Counter-Strike-Wettkampf. Grind. Das kann sein, dass... Okay, hab ich da... M-Mecher. Aha, äh, ist das eine neue Karte? Gut, ich krieg gar nicht drauf. Das passt so aus, oder? Ja. Gehen wir denn hin? Ich bin noch im Ladescreen. Ja, das dauert sehr lange. Ihr Einheitskamerad A-Losers, Graf Tarts. Was ist mit dem? Weiß ich nicht, wo man da hingeht. Einfach Norden, also, wenn die Karte nach Norden drehst, oben rechts, also quasi da, wo ich jetzt bin. Ja. Auf diese roten. Gut. Oh, hier ist... Das ist ja wie bei Assassin's Creed. Oh! Masken! Gruselhaus! Alter, was ist das? Oh, ein Laserhaus! Wahnsinn! Okay. Was nimmt man denn den Fall für den Goodie? Bin ich. Bonusgeld für Erkundung, aber immer gut. Ich bin richtig gut alleine. Was sind jetzt die Aufgaben? Habe ich... Ich weiß nicht. Du hast sie gestartet. Da standen mehrere Aufgaben, sagen wir mal. Aha. Aber ich gehe direkt in diesen... in den Turm. Geht da was bei dir aufgabentechnisch schon? Ne, noch nicht. Also eine Drohne müssen wir auf jeden Fall abschießen und ein Fass explodieren. Lassen, das weiß ich nicht. Was ist das denn hier? Ist ja nix. Du hast aber... Ich kann die nicht öffnen. Ja, ich auch nicht. Kein Wunder, dass die Anonymen von mir... Alter, das ist so ein Gruselkabinett hier. Heilungsspritze. Wow. Ich habe nicht immerhin eine 5-7. Also wenn du ein Fass siehst, kannst du es in die Luft sprengen. Ah, hast du schon eine Waffe? Ja. Der schießt. Eine Nova. Hier. Guck dir lieber mal das Gruselhaus hier an. Aber hier liegt eine Nova. Nova. Huuuuh! Stacheln, Achtung! Ey, Geländer. Wir hätten das da runter. Da oben im Turm wäre auch noch eine rote Kiste. Zum Aufschießen. Ich mach das. Kann sich da irgendwie wieder hochkommen. Ich höre was. Das sind diese Raketen, oder nicht? Okay. Ah, eine Nova. Links Munition gegeben. Toll. Aha. Ja, schön. Äh, okay. Hey, ich dachte, man kann die... Die scheiß Mission hier noch sehen. Das ist ja wieder... 1500 habe ich übrigens. Ich kann mir Rüstung besorgen. Auch was kaufen. Was noch denn? Wie ging man das nochmal? B. Rüstung. Kann man auch kaufen. Falsch am Exo-Jump und Stoß-Mine. Okay. Hörr! Ah! Nein! Nein! Hilfe! Okay. Kommst du hier rüber? Ja. Okay. Ups. Okay, äh. Das war wenigstens. Oh, oh, ne, 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 ne. Ah, da ist ein Schießgerät. Oh, ne, die Zone kommt schon. Da ist ne Drohne, die müssen wir abschießen. Ah, die ist, die fliegt weg. Ach so. Ah. Das ist weg. Da ist ein Fass. Oh, da, da ist einer. Ich hab mal ne Bombe hingelegt. Komm hier weg. Da fliegt. Scheiße. Okay. Äh, ich weiß nicht, ich hab ein Fass in die Luft gejagt. Keine Ahnung, ob das gezählt hat. Vielleicht muss man auch nach der Reihe auch machen. Ah, was? Von wo? Ja, ich geh mal lieber weg. Bis du wieder da bist, oder? War da noch einer? War das denn? Weiß ich nicht. Gott, ey. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich wohne direkt an dieser Scheiße. Oh, Schießerei. Über dir könnte einer sein. Ohne. Ohne. Hier unten ist einer. Hier unten ist einer. Da sind zwei. Links von uns unten. Ja, hinter uns sind auch welche. Ah. Hier ist ganz viel Geld. Gleich kommt die Zone, oder? Ein bisschen. Da! Ist das unsere? Nee. Ach, Scheiße. Ganze Munition geht dabei drauf. Ich kann mir auch einfach Munition kaufen. Links, links, links von uns auch einer mit Schild. Klaus. Baum. Der sieht dich. Ja. Deine? Ja. Von hinten. Ach, Mann. Okay, Vierter. Etcher. Der Spasti mit dem Schild, ey. Erstmal... Erstmal raus hier, würde ich sagen. So. Hab... Hab nichts bekommen. Ich auch nicht. Lassen Sie ein Fass explodieren, ja. Das funktioniert ja schon wieder super. Aber war... Das war Blut im Wasser, oder? Nee, Black... War das Blackside? Äh, das war nicht Blackside. Gott, ey. Toll. Ach, das ist doof. Aber guck mal, die Ziele sind eigentlich einfach, oder? Ja, aber erstmal auf Blackside zu kommen. Ah, das kommt jetzt. Ne. Da brauchen wir gar nicht erst annehmen. Uah. Na toll. Jetzt kommt immer County, weil das nicht, weil Blackside gerade nicht dran ist oder was? Oder? Ja. Ne, das wollen wir ja nicht. Okay, machen wir einfach mal das. Hä? Äh, Deathmatch-Stil kann man jetzt auswählen, ne? Was? Deathmatch-Stil. Was ist das? Ja, es gibt jetzt Team gegen Team. Frei für alle oder klassisch? Mach ich frei für alle oder dann kann man einfach alle umballern. Geht viel schneller. Was ist denn dann klassisch? Klassisch ist, ja, wie es halt bis jetzt war. Das andere Team ist ein Ziel. Und Teampunkte ist wahrscheinlich das, ja. Alle Punkte von Terroristen zählen zusammen. Hä? Dann mach ich frei für alle, ne? Ja. Free for... Free for me. ... ... ... ... ... ... ... ...